Hallo zusammen, in diesem Clip geht es um das Gold. Der wird nicht reingestellt auf Finanzen, Nette oder wo auch immer, weil ich kann ja immer nur einen Film pro Tag da reinstellen und am Montag kommt da der DAX-Film rein. Ich habe das Gold schon, ich habe immer mit einem Auge drauf geschaut, ich fand da nie was Interessantes, aber jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt ist das so lang, jetzt gucke ich mal wieder. Und tatsächlich auch vor dem Hintergrund von dieser G7-Entscheidung, die Russen aus dem Goldmarkt zu verbannen, dann kam gleich bei mir ein WhatsApp rein, ist das nicht gut für einen Goldpreis und so weiter. Ich glaube, das ist dem Putin gerade mal egal, dann verkauft er es halt nach Indien oder nach China oder sonst wohin. Also ich weiß nicht, ich finde sowas dämlich. Was mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist, dass, wer denkt denn an einen Diamantenmarkt? Russland ist der größte Produzent von Diamanten, die machen im Jahr 43 Millionen Karat. Je nach Qualität läuft das für ein Karat, ist also zwischen, ich glaube, so ganz schlechte Qualität, da liegt es irgendwie bis zum Tausender und wirklich sehr gute Top-Vesselten, keine Einschlüsse, bla bla bla, das geht bis 50, 60.000 Euro. 43 Millionen Karat produzieren die und das sind 30 Prozent vom Weltmarkt. Ganz weit abgeschlagen dahinter ist Botswana mit, das habe ich mir eben aufgeschrieben, 23,5 Millionen Karat, also fast die Hälfte, und die haben nur 16 Prozent. Komisch, von dem Markt spricht keiner. Wundert mich. Aber egal wie. Das ist jetzt der Monatschart vom Gold. Da bin ich hier runtergegangen, weil ich fand es interessant, von 2001. Da stand das Gold so bei rund 240, 250 und ist dann dementsprechend hochgegangen, über zwei Dekaden. So, und das fällt mir jetzt auf. Also deswegen nur, dass ihr wisst, wo diese schwarze Linie hier kommt. Die ist also aus dem Frühjahr 2001. Jetzt gehen wir da mal näher ran. Die habe ich aufgelegt. Die war mehrere Monate lang Auflagepunkt in 2018. Und da sind wir jetzt gar nicht mehr so weit von entfernt. Dieser Aufwärtstrend hier, der ist für diesen Monat bei, wo habe ich den geschrieben, 1649. Vielleicht hat es der eine bei 51, der andere bei 47, auf jeden Fall in diesem Bereich um 1650. Und das hier, dieses Blaue, das ist nichts anderes als eine Flagge. Hier ist der Fahnenstab, der Fahnenmast und hier ist die Flagge. Die oberre Grenzung ist das Alltime High bei 2072 und die untere hier ist bei 1674 im Moment. Und in einem Monat treffen die beiden sich, die Blaue und der lange, ich möchte nicht sagen, es ist der primäre Aufwärtstrend, aber der lange Aufwärtstrend. Das sind so die Cluster, auf die ich gucke. Weil hier liegt nämlich auch knapp unter 1700 das Monatsband, das untere Monatsband. Also es ist eine Geschichte, da muss man drauf schauen. Jetzt gehen wir mal in die Woche rein. Jetzt sind wir in der Woche. Und da kommt nämlich jetzt noch eins dazu. Das hier ist die 200-Wochen-Linie. Die liegt im Moment bei 1647. Das trifft sich also alles zwischen 1647 und 1674. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Zone. Was mir jetzt auf Wochensicht, ich versuche ja, weil das ist schon super breit hier, diese 2072 bis zur 1647. Da kann man mit Sicherheit etwas Besseres finden als diese beiden Punkte. Und da fällt mir jetzt schon auf Wochensicht dieses Niveau hier auf. Ich mache das mal mit dieser Linie hier rein. Das ist hier. Moment, da. Das begleitet uns seit dem 6.12., nein, nicht ganz, seit Mitte Dezember letzten Jahres. Hier liegt auch das untere Wochenband. Und der genaue Punkt, das muss ich schauen, hiervon ist die 1784. Die merken wir uns mal. 1784 ist nach unten ein wichtiger Punkt. Eine sehr wichtige Unterstützung. Und da waren wir auch drauf am Freitag. Um dann im Laufe des Nachmittags und Abends auf 1811 zu steigen. Ich muss weitere Punkte suchen. Als ersten Widerstand habe ich hier die 20-Wochen-Linie. Ich kann aber auch so eine Linie hier ziehen. Oben von dem Alltime High über den 1., 2., 3., 4., 5. Bewegungspunkt. Letzter Woche. Das ist auch ein Downtrend. Das ist also eine vertikale Trendlinie. Die würde liegen am Montag oder für die nächste Woche bei 1.826. Da habe ich also schon den nächsten Punkt. 1.826 und hier unten die 1.784. So versuche ich das halt zusammenzuziehen. Jetzt gehen wir auf den Tag. Wir haben hier den Downtrend und das passt mit 1.826. Da liegt auch die 20-Tage-Linie ein bisschen drüber. 1.832. Hier unten haben wir den, weit entfernt, den Support, den wichtigen Support mit der 1.684 war das, ne? So, und das hier ist jetzt, wo ist jetzt mein Fadengolz hin? Das ist wichtig, das sind die 1.000, ach hier, 1784. Das war das, was wir am Freitag gesehen haben. Ich gehe mal näher ran. Denn das Gold schließt den Freitag mit so einer Art Hammer. Ja, also ich finde es nicht besonders schön. Ja, das ist also ein schönerer Hammer hier, weil dafür einfach oben der Docht zu lang ist. Wie auch immer, es ist ein hammerähniges Gebilde. Außenband raus, ins Band rein. Das finde ich mal grundsätzlich in Ordnung. Die Bänder insgesamt sind recht eng. Ja, das ist wie so eine Ausruhphase, wie so eine Chillphase. Wir haben also hierher kommt diese Unterstützung bei 1.784 und da muss man drauf gucken. Wenn die bricht mit 1.779, sowas in etwa, muss ich davon ausgehen, dass wir auf die nächste Ebene fallen. Und das ist diese hier, 1.750. Also noch ist da nicht allzu viel passiert. Von der Technik her, MACD völlig neutral und der Oszillator, der geht sogar schon leicht hoch. Das hat sich deutlich jetzt alles abgebaut von hier oben. Und das war nur da. Komplett abgebaut. Also ich behaupte folgendes. Wenn das Gold über die 1.850 geht, das ist diese Marke hier, würde damit überbieten. A, den Trend. B, 20-Tage-Linie. C, 200-Tage-Linie hier. Und diese kleinen Zwischenhochs. Dann wäre es positiv. Positiv wäre und könnte nochmal in diesen Bereich hier reingehen. Wenn es die 1.779 unterbietet, muss ich mit 1.750 rechnen. Also so möchte ich das mal sagen. Es zwingt sich mir noch nichts aus. Ich kann dann noch ein bisschen warten. Für die nächste Bewegung erwarte ich eher nochmal so 10, 15 Euro hoch an diesen Trendrand. Und dann muss ich mal gucken, was er da macht. Aber spätestens ab 1850 befreit es sich aus dieser misslichen, chilligen Lage hier und durchbricht doch einige wichtige Marken. Ob es das tut? Ich weiß es nicht. Ich denke nach wie vor, ich höre überall, ja, ich habe Gold und wieso steigt das nicht? Und überhaupt, ich denke, das hat sein Karma der Sicherungswährung in schlimmen Zeiten, das hat es nicht mehr. Meines Erachtens hat es das nicht mehr. Jetzt gucken wir mal nach Scheinen. So, das sind die Scheine, die ich rausgesucht habe. Der Call hat eine Basis von 1.758, liegen wir hier. Der kommt aber nur ins Spiel, wenn wir eben diesen Bereich hier überbieten. Also ab der 1.850 Schlusskurs, abends, 22 Uhr. Der hat im Moment einen Hebel von 36 beim Kurs von 1.811. Der wird dann dementsprechend tiefer gehen. Ich bin am überlegen, ob man nicht in Kleinigkeiten, Schnüffelstücke schon kauft, wenn wir die 20-Tage-Linie überbieten. Dann wären wir 1.800, da würde reichen, 35. Aber dann wirklich nur Schnüffelstücke. Das Eigentliche passiert hier oben drüber. Das ist die Kennnummer KG4WC5. Den Put habe ich im Moment ein bisschen weiter weggelegt, und zwar hinter die 1.900. Da sind wir hier oben, hinter diesem kleinen Zwischenhoch in diesem Bereich. Den kann man nehmen, entweder, wenn wir hier die 1.779 unterbieten, mit Schluss kurz abends, 22 Uhr. Oder warten, um zu schauen, was der Freund hier oben macht. Schafft er das nicht, hier drüber zu gehen? Prallt er da wieder ab? Fällt er wieder in sein altes Muster zurück? Das wäre die KG266V. Also, ich glaube, das Thumbbell schreibe ich hin. Irgendwas kommt da jetzt. Das Ding hat sich lang genug ausgeruht und irgendwas kommt da jetzt. Und da bin ich echt mal gespannt. Im Moment würde ich sagen, die Chancen, die Orts stehen leicht für das Gold, für einen kurzfristigen Anstieg, so in der Bereich 1.900. Durchaus, weil 1.900 ist auch von hier dann auch nochmal ein Widerstand. Einmal, zweimal, dreimal, haben wir ein paar Mal gesehen, hier auch drüber, kurz und da. Also, in diesem Bereich wäre dann durchaus möglich. Eine komplette Neubewertung oder ein neuer Megatrend, das sehe ich überhaupt nicht hier. So, und damit lasse ich euch in Ruhe. Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.